Das ist hier Pölitz, am 24.07.2012. Kreis Stormann noch. Ziemlich großer Kreis, gebührt ihm gar nicht. Ja, heute trauriger Anlass hier zu fahren. Das Busbomberattentat von Bulgarien. Wir suchen noch die beiden Komplizen. Wahrscheinlich sind es zwei, ein Mann, ein Frau. Genau, Orientale, zwei Stück. Vielleicht haben sie sich hier versteckt. Wir haben da ein grausames Busbomberattentat gemacht. Schlimm. Wie kommt man nur gerade auf Pölitz? Wir fahren hier durch, das kann nicht schaden. Mal auch mal hier nachzuschauen. Genau hinschauen. Das hat ja schon Innenminister Friedrichs gesagt. Friedrich, wie er heißt. So wichtig ist der Name nicht. Wichtig ist, was er gesagt hat. Genau hinschauen statt wegsehen. Was machen wir hier? Haben wir eine hochauflösende Kamera. Die sieht alles. So sind sie hier, die Busbomber von Bulgarien. Sie können ja hier unter Schlupf finden. Und dann zur Durchreise nach London. London hat Angst vor ihnen. Klar, hätte ich auch. Das war's aus Pölitz 2012.